DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer. Es ist Januar. In Januar. Februarie. Der Februar. Martie. Der März. Aprilie. Der April. Mai. Der Mai. Junie. Der Juni. Juli. Der Juli. August. Der August. Septemberie. Der September. Oktombrie Der Oktober Nojembrie Der November Decembrie Der Dezember Primavara Der Frühling Vara Der Sommer Doamna Der Herbst Jarna Der Winter Der Winter Der Winter Untertitelung des ZDF, 2020